willkommen und hallo freunde der gepflichten unterhaltung ja mal zu etwas neuem zu einer folge armer 2 der mod und zwar der daisy epok mod ja wir stehen hier oberhalb des valuta airfields da unten könnt ihr sehen wie hier schön oben auf dem hügel ja der onkel nun wie traut sich mal in die zombie apokalypse da unten da bank schon einer rum das können wir ihn sehen noch besser friedlich wenn wir gleich in die richtung laufen dann wird er wahrscheinlich nicht mehr so friedlich sein wir machen uns mal auf die erkundungstour wir schauen mal was wir da unten am flugplatz so alles finden können ja was hilft immer am besten gegen zombies was wissen wir aus jedem film laufen hilft schnell laufen und das tun wir dann auch ab durch das kleine welchen hier noch hat er uns nicht gesehen jetzt hat er uns gesehen schnell durch den wald vielleicht schütteln wir ihn hier ja sind schon ein paar tage hier auf diesem server habe also schon ein bisschen equipment gefunden der ist hinter uns nach lauf schneller ja hab ein bisschen equipment schon gefunden in der hand halten wir unsere 36 schall gedämpft für die besitzen wir allerdings nur ein 30 schussmagazin das ist jetzt nicht so viel deswegen habe ich ja im rucksack noch das mg36 da haben wir ein paar magazine mehr von also wenn wir jetzt horden von zombies auf uns zukommen dann können wir uns also durchaus schon mal verteidigen machen dementsprechend aber viel lärm mit dem mg36 schießen ja und locken eigentlich doch mehr horden an deswegen habe ich jetzt eigentlich lieber die schall gedämpfte waffe in der hand nur fast gegen die wand gelaufen aber ich glaube den zombie sind wir erstmal losgeworden schleichen wir uns hier mal rein und was finden wir als erstes was finden wir als erstes noch ein g36 st und ein zweites magazin das nehmen wir natürlich lieben gerne mit sind ein bisschen außerarten wie ihr seht ein bisschen gold haben wir auch schon habe schon ein bisschen hier beim händler hin und her getauscht das kann man hier bei daisy epop bei diesem teil des mods hier gibt es sogar händler auf der karte und ich denke mal wir werden auch in einer der nächsten folgen ein händler mal besuchen damit ich euch den dann auch mal zeigen kann ja daisy dem ein oder anderen bestimmte anbegriff es gibt ja jetzt verschiedene versionen diese armer zwei daisy version die wir jetzt spielen das ist eigentlich die erste die da war damals raus kam quasi der großvater der daisy stand alone die es jetzt ja auch gibt schon seit längerem gibt aber ich muss sagen das urgestein für mich immer noch das beste daisy wer so ein bisschen auf überleben und ja survival steht mit einem hauch von zombie apokalypse da draußen banken sie schon wieder rum wenn sie friedlich sind sie ganz langsam ja wenn sie nicht so friedlich sind dann sind sie auch ziemlich schnell auf den beinen so was haben wir denn hier noch schönes liegen warum uns auch machen wir nehmen wir erst mal so ziemlich alles mit was wir finden können ein dmr magazin sollten wir mal eine dmr finden dann haben wir uns jetzt schon mal gleich das passende magazin dafür auch für armer 3 gibt es jetzt ein daisy mod auch den gibt es natürlich schon länger hier hängt ja immer ein bisschen hinterher nein hängt er nicht hat er auch schon gespielt habe ich euch aber bis jetzt nie in videos gezeigt da habt ihr bis jetzt immer nur von mir ets 2 gesehen wo ich hängebusch so jetzt seht ihr jetzt haben wir sie alle ein bisschen frisch gemacht hier da kommen sie dann auch schon ja aber nach wie vor für mich armer 2 daisy das urgestein immer noch das beste daisy und davon der mod mit den händlern ich glaube besser kann man sich machen denn wir werdet sehen wenn wir die eine oder andere folge hier aufnehmen man kann hier handeln man kann hier mission machen man kann hier alleine einfach nur rumlaufen und man kann sich auch wenn man möchte guckt war gar nicht so laut ja was zombies kann man aus jedem guten film immer auf den kopf halten da kann man nichts falsch machen dann fallen sie auch einfach um wie die fliegen das doofe ist nur die wanken so da muss man erst mal den kopf treffen das haben wir schön eine cz 550 umgangssprachlich auch nur die bauernsniper genannt ja ein einfaches jagdgewehr da liegt auch noch was wir sammeln erst mal an waffen ein was wir hier so finden kann weil die kann man nämlich schön verkaufen beim händler aber unser rucksack ist schon leider ziemlich voll ja das haben wir noch schön ist sonntsäcke die können wir später gebrauchen wenn wir denn uns mal unser kleines eigenheim hier in der zombie apokalypse aufbauen was man hat hat man das nehmen wir schon mal mit denn hier spielen wir ja dann eigentlich auch so ein bisschen jäger und sammler was man findet das gehört an meistens fahren aber dann zum hat von dies was dagegen dass man das denn ja behält aber den einem oder anderen werden wir natürlich gleich noch begegnen mal gucken was wir hier noch so haben die 17 magazin haben wir nicht mehr wir haben hier unsere m9 sd brauchen jetzt mal nicht so und immer die rauchgranate mit damit kann man auch ein bisschen spaß haben mit den zombies schauen doch genug läuft erst mal gegen die toilettenwand das war ja auch wieder klar gucken ob wir das einigermaßen schick jetzt hinkriegen was ich vor hab granat das wäre dem mal unsere gute rauchgranate da vorne hin da kommen sie mich schon oder auch nicht das macht sie nämlich immer so ein bisschen aggressiv und lenkt eigentlich auch ganz gut von einem selbst seit könnte man jetzt in aller ruhe erst mal die zombie nade beiseite schaffen ja ruhe in frieden kleiner zombie und dann können wir mich erstmal in ruhe in die nächste baracke gehen ohne dass einer hinter uns her ist alle noch abgelenkt sehr gut wollen wir mal schauen was wir hier noch so finden unser hochzeug ist zwar eigentlich voll aber das eine oder andere kann man ja vielleicht tauschen was man nicht unbedingt braucht die haben hier aber sehr karg gelebt ne gerade mal im bett und im schrank aber viel zu finden ist hier jetzt gerade mal nicht naja wir haben die taschen voll was wollen wir mehr außer natürlich noch ein bisschen überleben das wäre auch ganz nett so tja das Balloonteil eher fehlt wie ihr seht jede menge Baracken wo man eigentlich Waffen drin finden kann die man dann später beim Händler gegen Gold tauschen kann gegen das Gold kann man sich dann wieder andere Dinge kaufen das meiste kann man aber auch so finden am meisten findet man die Kollegen hinter uns die da hinter uns her laufen stell die Tür auf und rein gerade noch so geschafft ja auch immer wichtig auch wenn es Zombie Apokalypse ist Toilettenpapier man glaubt gar nicht sowas ist immer wichtig stellt euch mal vor ihr seid ganz alleine im Wald und das einzige was ihr nicht habt Toilettenpapier da verzichte ich ja lieber auf ein Magazin für meine Waffe als auf eine schöne Rolle Toilettenpapier so was haben wir hier noch schönes ein Motorenteil das ist sehr gut weil unser LKW den ich ja schon habe der da oben im Wald steht ja ich sag mal so der ist nicht mehr der frischeste der ist schon ein bisschen angeschlagen der kann ein paar Ersatzteile gebrauchen unter anderem kann der auch mal wieder einen neuen Motor gebrauchen das spiele ich bei DayZ nicht anders als im ETS Simulator da geht auch gerne mal was am LKW kaputt ich höre sie schon wieder von über ein aber ich würde sagen wir laufen jetzt schnell zurück zu unserem LKW einmal gepflegt schnell über das Airfield schick gemacht schöne Landebahn da noch ein Hangar da liegt auch immer gerne mal was drin oh unten links sieht ja gerade Nico wurde getötet hat Nico wohl nicht auch gepasst ist dann nicht so schön schnell gelaufen wie wir auch hier liegt wieder was aber das lassen wir liegen weil ich höre sie ja schon wieder oh da kommen sie alle mal sehen ob wir sie abhängen können oder ob wir lieber gleich nochmal in den Tower laufen da wo wir am Anfang drin waren um uns da kurz drin zu verstecken um zu gucken ob nicht einer guckt und notfalls notfalls würde ich sagen die kommen immer noch hinter uns her rattern wir sie einfach mal eben mit ein paar Kunstschüssen weg ne oh der macht die Tür auf der kommt rein ne hier schießt das G36 noch gerade aus und nicht wie bei der Bundeswehr nach ein paar Schuss links und rechts vorbei so auf dem haben wir mal gezeigt wer hier das sagen hat und Angst haben wir ja keine nein wir laufen nur weil wir in Form bleiben wollen deswegen laufen wir auch schnell durch das Loch im Zaun wieder zurück und sehen mal zu dass wir hier Hackengas geben ja viel lassen wir mal geschickt hinter uns jetzt verlaufen wir uns hoffentlich aber nicht im Wald wie ihr hört ich bin ich in Form naja wir schleppen ja auch einiges im Rucksack hinter uns eher ne der trägt mal ebenso im Rucksack einen ganzen LKW Motor mit sich rum und das dann auch noch locker fluffig hier mal so bergauf ja ich hoffe die erste Folge Daisy macht euch auch ein bisschen Spaß auf mehr wir haben jetzt zwar nicht besonders viel gemacht aber so grob mal angerissen um was es ging in den nächsten Folgen die ich euch dann gerne zeigen möchte werden wir bestimmt das eine oder andere dann noch mehr machen sprich mal den Händler besuchen ich werde euch mal die Karte hier zeigen in der nächsten Folge denke ich damit ihr seht wie groß die Spielfläche denn ist denn das Ganze ist hier ja auch sowas wie eine Art Multiplayer es sind neben uns hier jetzt auch noch andere Spieler auf dem Server also obwohl da steht Spieler Online Einer das ist nicht ganz korrekt hier sind schon noch ein paar mehr auf dem Server so erstmal schnell eingestiegen dann wollen wir das was wir gesammelt haben nochmal schnell in unseren LKW packen wie ihr seht das eine oder andere ist da auch schon erfolgreich drin unseren Rucksack machen wir etwas leerer ein paar Waffen haben wir natürlich auch schon gesammelt das sind aber alles so Waffen die wir demnächst dann beim Händler verkaufen werden die wollen wir nicht unbedingt behalten das wollen wir schon loswerden und hier gegen Gold tauschen damit wir vielleicht falls wir es brauchen wenn wir es nicht finden Sachen für unser Haus dann kaufen können das kann man dann auch beim Händler und dann wollen wir uns mal irgendwo in der Wildnis so einen kleinen Zufluchtsort bauen weil immer hier im LKW schlafen macht ja auch nicht so viel Spaß das gehen wir nochmal einen kleinen Blick aufs R viel da unten da waren wir gerade fluffig hingejoggt knappe 470 Meter von uns entfernt unser Entfernungsmesser verrät uns das tja ich glaube wir werden das demnächst nochmal besuchen denn wir haben ja da einiges gefunden aber wir kommen jetzt erstmal zum Ende dieser Folge zu unserer ersten Daisy Armor 2 Folge ich hoffe ihr hattet ein bisschen Spaß und möchtet vielleicht auch ein paar mehr Folgen davon sehen denn wenn das so ist dann genau wie immer zum Schluss eines Videos liked es, kommentiert es, abonniert es, teilt es oder disliked es macht was ihr wollt Hauptsache wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bis dann ciao ciao